Focus Online hat ausgerechnet, wie viel man mit 50 Jahren noch für eine Zusatzrente ansparen muss. Wer 200 Euro mehr im Monat will, braucht 47.000 Euro. Wer erst mit 50 Jahren anfängt zu sparen, muss also bis zur Rente monatlich 250 Euro zurücklegen. Wer mit 1.000 Euro mehr Rente im Monat rechnet, muss sogar 236.000 Euro ansparen. Entscheidend sind die Zinsen, die man auf dem Konto bekommt, auf dem das Geld liegt. Eine Verzinsung von 2% wird zugrunde gelegt. Wichtig ist, dass regelmäßig gespart wird, um im Alter finanziell abgesichert zu sein.